ja sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zum weiteren video zur 16.1 und hier möchte ich ihnen die neuen symbolleisten vorstellen wir sind also einmal durch die ganzen funktionen und haben da muss uns sinnvoll erschienen neue symbolleisten erstellt beziehungsweise bestehende aktualisiert wo finde ich die symbolleisten was kann ich hier oben über die rechte maustaste hineingehen und dann finde ich alle symbolleisten die die nova ja anbietet eben auch die neuen hier zur verfügung und hier kann man sich auch die anordnung abspeichern ja dann laufe ich mal durch dass sie sehen was wir so neu gemacht haben ich habe hier in der symbolleiste text ist hinzugekommen die beschriftung und die block attributsdefinition als neue funktionen dann haben wir ein komplett neue leiste für die blöcke da kann ich also einen externen und internen block aufrufen aber auch alle block funktionen das sind dann die block liste block erstellen hier sehr schön dass ich dann eben diese funktion block aufbrechen zerlegen und auflösen habe dass ich die ja so nachdem ich einen block markiert habe direkt aufrufen konnten und auch die neueste funktion dieses multi edit block attribute haben wir aufgenommen dann haben wir hier neu eine gitter leiste die zeige ich gleich nochmal dies etwas speziell wir haben bei dem bearbeiten hier die tabelle aus der zwischenablage aufgenommen wir haben die funktionen die sie hier unter ansicht kennen max fenster platzierfenster analyse fenster und ganz neu die to do's die haben wir hier unter einer separaten leiste aufgenommen die durchbruch planung haben wir als separate leiste bei der architektur haben wir dach und geschoss ergänzt im sanitär bereich haben jetzt neu hier dass die schema bauteile kann ich ja so auch wenn es man hier sehen sie entsprechend so aus aber dahinter liegt dann das jeweilige schemasymbol das kann ich mir ja aufrufen kann das nutzen dann haben wir den wohnungs stations abzweig in der heizung aufgenommen wir haben das drei die drei wege armatur aufgenommen und hier bei der fußbodenheizung haben wir die beschriftung der fußbodenheizung haben wir die beschriftung der fußbodenheizung aufgenommen was wir auch neu aufgenommen haben ist hier im bereich der netze die möglichkeit ich kurz gucken die nicht steigeleitung steigeleitung verstehen ach da die anschenkrechten anschlüsse zu generieren das haben wir neu aufgenommen und ich muss selber mal im neuen in gucken was wir noch in den netzen aufgenommen haben sie sehen auch hier ist es also alles sauber protokolliert und wenn ich den entsprechenden abschnitt mit den netzen findet da ist ja hier die höhenversprung löschen haben wir aufgenommen und höhenversprung verschieben haben wir auch in den netzen noch aufgenommen ja dann komplett neu ist ein strich 3d generierung in der lüftung und in der lüftung haben wir aufgenommen die runden bauteile rechteckige einbauteile runde einbauteile und auch rechteckige bauteile die stehen also auch hier komplett zur verfügung und können sich dann entsprechend ausgewählt werden ich schließe mir mal jetzt den großen teil hier wieder weil ich kurz noch was an den gittern zeigen möchte das lasse ich das lasse ich das lasse ich das lasse ich und dann lasse ich einfach die neu anordnen und ziehe mir die hier noch entsprechend rein bis auf das gitter und bei dem gitter möchte ich ihnen gerne was zeigen das gefällt mir nämlich selber sehr gut in der vergangenheit mussten sie über rechte maustaste gitter laufen dann konnten sie sich das einstellen konnten dem eine entsprechende festlegung treffen und dann konnten sie hier im gitter zeichnen man sieht das hier ich kann das jetzt hier nur von gitter punkt zu gitter punkt springen ich hoffe man sieht die entsprechenden gitter punkte jetzt neu haben wir hier eben diese funktionsleiste für das gitter da ist einerseits die möglichkeit dieses gitter aufzurufen und zu modifizieren ganz oft besteht aber der wunsch des anzeigen und des einschaltens vom gitter zu setzen das heißt ich kann hier entscheiden ob ich das gitter sehen möchte oder nicht kann man es also auf diesem button ein und ausschalten und hier kann ich dann den snap ein und ausschalten also ich starte mal hier bin gesnappt er springt mir hier an die gitterposition wenn ich jetzt hier runter laufe jetzt kann ich mir das ausschalten kann einen freien punkt zählen kann wieder einschalten können wir dann entsprechend wieder meine gitter punkte hier raus wählen und kann dann wieder hier entsprechend frei also das ist eine sehr schöne funktion um sehr schnell mit diesem gitter wechseln zu können und nicht immer über rechte maustaste gitter drauf zugreifen zu müssen ja dass die übersicht über die neuen icon leisten vielen dank für ihre aufmerksamkeit für mehr informationen zu unseren produkten oder um eine präsentation zu organisieren besuchen sie uns auf mp punkt kom oder finden sie den am besten für sie passenden link in der video beschreibung